Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Doom. Ja, wir sind hier, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wen überrascht? Gell, surprise! Ähm... Ja, wir, ähm... Wow! Okay! Hier, das... Zack, 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 zack! Hier, erstmal... Oh, daneben! Räuser! Wo ist er? Hier! Eine geklatscht! Du auch direkt weg! Let's to dir, Moppishan! Was? Oh, verflucht! So! Ha! Nein, 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 nein! Grub! Ja, komm, komm, schieß du nur! Das bringt dir gar nichts! So! Außer, dass du hier was leckeres Zumampfen kriegst! Wohl bekommst! So! Oh! Nein! Alter! Hör auf! Alter, mein Leben! Jetzt aber hier! Fresse halten! Geheimnis gefunden! Oh! 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 schnogelig! Ich glaube, da schaff' ich's nicht rüber! Rennen müsste ich von... Wenn müsste ich von... So! Was haben wir hier? Voll! Ne, da komm ich ja gar nicht rüber! Was sind überall diese... 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 Dieses Gerüppe! Gezacke! Ja! Macht nichts! Gehen wir weiter! Oh! 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 Verlorene Seele. Na, wie schmeckt dir das? Hier, komm, Nachschlag. Jawoll. Boah, die Wumme ist ja echt der Hammer. Darf ich nicht rüber? Ich befürchte, da schaffe ich es nicht rüber. Wo können wir hier noch? Hier. Geronimo! So. Nein! Nein! Einmal zu weit gesteppt und du bist raus. Ach, Kacke. Was für eine Kacke. Ich schaffe das auch immer. Immer. Irgendwo hier mal verpeilt links rennen und dann... Dann... Nochmal für alle, die es nicht verstanden haben. Links rennen. Und dann... Kacke. Hab ich... Hab ich eigentlich jetzt? Ja, sieh mal an. Ich hab's. Nehmen wir aber erstmal die hier. Ja, haltet die Kappe. Erstmal zu euch hier. Ba-ba-ba-ba-bam. So. Das geht schon. Dann... Moppel schön. Ja. Ist die Wumme fett. Ist die Wumme fett. Ja, die ist fett. Komm. Oh, ich hab keine... So, dafür. Noa. Aua, 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 aua. Au. Au. Ja. Zack. Aufprallschutz ausgetrickst. Hier, Raketenwerfer. So. Ein bisschen Leben zurückholen. Wohl bekommst. So, schön, 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 schönes Ding. Was war das? Oh, das war, das war hier vor. Hier, hier, hier vor. Ja, komm, 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 komm. So, mein Leben sieht immer noch genau gleich beschissen aus. Wenn ich das mal so bescheiden ausdrücken darf. Er nimmt die Knarre nochmal, obwohl er sie schon in der Hand hatte. Hat sich jetzt die Munition... Nein, hat sich nicht. Schade eigentlich. Das wäre jetzt wirklich cool gewesen. Komm, geht. Also, geht doch. So. Ich müsste hier rein. Aber wie komme ich hier rein? Mal anklopfen. Hallo. Geht wahrscheinlich nicht. Wir suchen das jetzt einfach... Nein, das geht nicht. Boah. So, der hat Leben verloren. Der hat Leben verloren. Ich muss es haben. Ich muss es haben. Okay, die zerplatzen beim Aufprall. Finde ich nicht sehr schön. Okay, dann weiter hier. Ne. Zack. Nein. Nein. Du kannst auch gleich aufhören. Zack, zack, zack. Und zack. Ha. Wie konnte ich hier vorhin runterfallen? Das ist mein Rätsel. Hüte. Zack. Au, au, au. Au. Alter. Ha. Von hier. Komm, das fassen wir. Ja. 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 Von hier zurück. Das, ja, nein, will ich lieber nicht riskieren. Aber. Nein, das geht auch nicht. Ich dachte, ich komme hier irgendwie hoch. Äh. Und noch einmal. Hep. Oh. All das war knapp. Ja. So geht das. So geht das. Da geht es rein. Geht es da? Nein. Hier geht es rein. Ja, Mann. Bom, bom, bom. Boah. Ich komme hier nicht rein. Warum komme ich hier nicht mal rein? Au. Zässer. Man spuckt mich in den Tunnel. Ah, mein Leben. Alter, mein Leben. Hör auf. Oh, mein Gott. Oh, jetzt dachte ich, sei runtergefallen. Oh, jetzt dachte ich, sei runtergefallen. Puh. Ja, Waffenpunkte halten. Ja, komm. Gib das her. Das ist meins. Meins kommt allein. Ah, jetzt hier. Jese. Jese. Ja. Äh. Okay. Ah, tschi tschi. Jese. Ja. Ja. Okay. So. Drücken wir den Kopf. Ich habe ihm den Kopf zurechtgerückt. Oder gedrückt. So, wir sind drin. Okay. Oh oh, Tür ist zu. Das ist kein gutes Zeichen. Bisschen Leben schnappen. Oh mein Gott, was tummelt sich denn hier wieder alles? Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. So. Klappe. Zu. Zack. Zack. So, du kommst hier blöd an, du miese kleiner Verräter. So, jetzt aber. Nachschlag gefällig. Oh, dachte ich mir doch. Dachte ich mir doch. Sehr schön. Ich muss hier aber mal schnell. Hier, zack. So, geht viel einfacher. Oh oh. Schnauze. Oh. Ja, komm schon. Tappt. Ja. So. Nummer eins. Gut. Der erste ist weg. Komm her. Willst du spielen? Lass uns spielen. So. Ausgespielt. Na. Was ist das? Hast. Ah, jetzt kann ich schneller laufen. Ja. Ich renne hier einfach durch. Geräusch. Ich höre noch was. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Ah, hier. Au, 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 au. Ah. Nein. Nein, das machst du nicht. Nein, das macht er nicht. Ah, puh. Oh. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Was ist jetzt? Schwache mit dem schweren Sturmgewehr, drei Höllenrenter und führe dann tot von oben Glorykills aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Anzahl 3, Zeit 30, plus 20 pro Glorykill. Okay, ob ich das hinkriege? Ich weiß ja nicht. Hoffen wir es. Suchen und vernichten. Also. Tod von oben Glorykills. Reicht das Springen auch? Habe ich schon einmal ein Tod von oben Glorykill gemacht? Vor allem bei einem Höllenritter? Sehr, sehr interessant. Wir werden schauen. Und zwar jetzt. Was gibt es eigentlich? Erziehe große Entfernung. Ah. Erziehe ein Glorykill aus großer Entfernung. Sehr schön. Bin ich voll für. Wo sind sie? Ja. Ja. Aber flucht. Hier. Hat er gar nichts. So, jetzt. Schnauze hier. Komm. Verdammt. 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 Komm. Du. Au. Au. Und. Ja. Versuchen wir nochmal. Komm. Hier. All start. Das dachte ich schon. Eingefroren oder so. Nicht auch noch, bitte. Also, es ist ziemlich schwer, weil da noch so kleine, miese Idioten rumgurken, die mir das Leben so richtig zur Hölle machen. Komm, 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 komm. Glorykills. Eins von drei. Das ist gut. Das ist gut. Komm schon, sei geschwächt. Sei geschwächt. Und Glorykills. Zwei von drei. Jetzt hört es aber auf hier. So, und du noch? Komm schon, komm schon. Komm schon. Ich habe ihn gleich. Ich habe ihn gleich. Nein. Nein. Ja. Oh. Hey, war das knapp. Huiui. 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 Nein, ja. Ja, nein, nein. Sehr gut. Verfügbare Belohnung. Suchen und verdichten. Ah. Meine Fresse war das anstrengend jetzt. Huiuiui. Vor allem ging Ende hin. Das war so sauknapp. Mein Leben im Arsch. Meine Munition im Arsch. Der Gegner hat noch wohl da. Und da kommen noch diese kleinen, miesen, kleinen Wichser. Ja. Ja, und von hinten an kommen wir auf die Schulter, klatschen und sagen, ich bin auch noch da. Würdest du mich bitte ein bisschen mehr beachten? Nein, tue ich nicht. Nein. Es gehen wir nur um die Höllenritter. Der Rest kann sich verpissen. Verpissen. Ah. Anstrengend. Anstrengend. Mich interessiert es ja jetzt mal, wie es in der Hölle weitergeht. Das, das. Ich bin sehr gespannt. Die Hölle war schon immer... Die Hölle? Vor allem in den Doom-Titeln. Doom 1 und 2. Kann man da überhaupt in die Hölle? Also, ich glaube, mich zu erinnern, ja. Bin jedoch nicht ganz sicher. Also, ich weiß, in einem der beiden Teile war ich in der Hölle. Gab es auch diese Totenkopf-Schlüsselkarten und so. Beim 3er kann ich mich noch gut an die Hölle erinnern. Die war nämlich die Hölle. Doom 3 fand ich auch sonst nicht so berauschend. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier auf YouTube gesagt habe. Eben, wie gesagt, die Gegner. Ich finde es schade, dass die Höllenritter hier keine Hörner haben. Weil Doom 1, wer sich daran erinnern kann, der weiß, Höllenritter sahen aus wie der Typ hier. Das war ein Höllenritter. Was, bitteschön, ist das? Oh, Automap gespeichert. So sind also die Automaps in der Hölle aus. Kann ich mich ja drauf freuen. So, ähm, falsch. Da gucken wir direkt mal rein, was wir hier noch so haben. Da oben ist noch, was? Zwei Eliten machen. Sind hier. Ich frage mich, ob ich da an beide hinkomme. Müsste ich da rüber hüpfen, dann hier, dann da hoch. Und dann da ganz nach oben. Versuchen wir mal. Wo war das jetzt? Hier. Genau. Hier, dann hoch. Genau. Dann noch weiter hoch. Ähm, ähm, noch weiter hoch. Einstrengend. Scheißstufen. Dann hier, oh. Hier einmal rüber gehöppt. Da, ist das eine Elite-Wache? Gib her. Schlüsselkarte. Oh. Ich bin der Torwächter und brauche Schlüsselkarten. Präthorenmarker. Gut, was bist du? Wey. Wey. Okay, da waren wir vorhin. Was gibt's hier noch? Artefakte. Doom Marine. Ohne zwölf wurde Speckerlösser neu erfunden durch die USA bei der Expression der Hölle gemacht. Ah, ist ja ein geiles Bild. Hm. Nach mehreren Kilometern durch fast unpassiveres Gelände entdeckte das Team eine versiegende Grabstätte, dessen Eingang und Wände mit Schutzrunen und Bannformeln übersetzt waren. Nach der Öffnung offenbarte die Grabstätte Finale Artefakte einschließlich des Präthorenanzugs. Am nennenswertesten war er doch ein enormer Sarkophag, der mit dicken Eisenbeschlägen im Felsboden des Zentrums verankert war. Anscheinend sollte verhindert werden, dass etwas hinein oder hinaus gelangen konnte. Ach, ich lese das jetzt. Bitte verzeih mir, ich lese das jetzt nicht alles vor, sonst kommen wir hier gar nicht mehr vom Fleck. Du auch noch? Hier, komm, gib her. Hier, ähm. Hitzestoß. Präzisionsbolzen. Belagerungsmodus. Nutze die Waffe mit Modtasse, um einen mächtigen Strahl aufzuladen, der Ziele durchdringt. Bewegung ist derweil nicht möglich. Das ist aber schlecht. Hinein zu zogen und leiten eine schadensintensiven Schuss aufzuladen, das klingt schon besser. Gatling Rotator. Ein Waffe kann die Läufe der Chaingun anlaufen lassen, ohne zu feuern. Okay, mobile Lafette. Wie hast du mich genannt? Halt die Waffe gedrückt, um die Waffe in eine mobile Lafette zu verwalten. Blockiert bei Überhitzung. Okay. Wir nehmen hier. Ja, das nehmen wir. Ah, gib her. Das ist meins. So. Gut. Sehr gut. Mhm. Äh, wo jetzt? Wie jetzt? Was jetzt? Gehen wir hier mal wieder runter. Stufen runter zu gehen ist viel einfacher als hoch zu gehen. Komm, komm hier. Geht das? Ja, komm. Ja, ja. Ah, ich bin oben. Ich bin immer oben auf. Äh, bada bapam. Okay. War ich hier schon drin? Ja, da war ich schon drin. War ich hier? Äh, nein. Muss ich nicht. Da war ich auch schon drin. Ich glaube, ich habe hier so ziemlich alles abgesucht jetzt. Frage ist, wo geht es weiter? Da. Es schickt mich jetzt in diese Richtung. Wir gucken nochmal schnell auf der Karte. Äh, da oben war ich. Da oben war ich noch nicht. Aber da komme ich auch nicht rein. Ich denke, da komme ich dann von der anderen Seite ran. Äh, bada bada bada. Hier, da oben war ich. Da oben war ich. Da unten war ich. Ja. Okay. Heißt das jetzt, ich muss wieder zurück? Oder wie? Was für ein geiler Sprung. Den habe ich sonst wahrscheinlich, hätte ich sonst wahrscheinlich auch nie hingekriegt. Nur dank euch. Ihr seid die Besten. Ähm, hier durch. Ja, jetzt sag mal, wie soll ich denn hier... Hallo? Okay, wir gehen da nochmal rein. Total verpeilt. Total verpeilt. Äh, bada bada. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch und dann irgendwo rüber. Oder runterspringen. Aber wo? Ähm, hier nicht. Jetzt muss ich da echt noch rüber. Zack. Fress. Äh, festkrallen. Nicht fresskrallen. Hier ist alles voll, alles voll. Ich... Pfff. Ich durfte ihn wieder hoch. Scheiße. Blöder Spieler. Ah, hier. Genau. Hier. Dann hier. Dann... Jetzt nur nichts Falsches machen. Da war ich schon demnach hier. Genau. Da, wo auch der Weg lang geht. Trottel. Wer hat das gesagt? Ich hab's genau gehört. Ich weiß nur nicht von wem. Okay. Jetzt sag hoch. Ah, hört auf. Da hat eine ganz schön schlanke Hüfte, der Roboter Hayden. Oh oh. Es scheint wieder loszugehen. Fuck. Ja. Gib sie ihm. Gib sie ihm. Geh auf die. Nicht auf mich. Es ist ja geil. Die kloppen sich. Ich hab nichts zu tun. Das heißt dann wahrscheinlich Feierabend. Oh oh. Alter. Wä. Fuck. Guckst du mal. Eine Sekunde nach hinten. Wah. Kloppt euch gegenseitig. Ihr Schweine. Lasst mich aus deinem Spiel. Oh, es ist da hinten. Es ist da hinten. Halt die Klappe. Vierfach Schaden. Jetzt aber. Komm schon. Ich hab ihn fertig gemacht. Wo ist die Alte? Wo ist die Alte? Hier ist die Alte. So. War das alles? Sonst noch wer? Freiwillige vor. Oh nein. Nicht du schon wieder. Verdammt. Komm schon. Friss das. Okay. Ich muss hier mal eben. Ich glaube ich nicht. Komm. Nahkampf Baby. Komm schon. Komm schon. Guck mal. Ohne Gesicht. Nein. Nein. Jetzt hört's aber auf hier. Geht das? Ohne Schaden zu nehmen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Nein. Garantiert nicht. Ich verkrieche mich jetzt in der Höhle hier. Schlechte Idee. Scheiße. Scheiße. Schlechte Idee. Oh verdammt. Ganz schlechte Idee. Jetzt. Boah. Alter. Da sind die mir das. Hier. Gunder bitte. Was zum? Wie viele von denen kommen hier noch? Fuck. Wo? Ah. Jetzt. Hör aber mal auf hier. Boah. Scheiße. Scheiße. Blüm. Blüm. Zack. Boah. Boah. Wo ist er? Komm her. Schweine Peter. So. Kontrollpunkt erreicht. Okay. Hier komm ich nicht rüber. Ich dachte hier könnte ich rüberspringen oder so. Aber nein. Das war wohl nix. Boah. Du-du-du-du. Dic-dic-dic. Was gibt's denn hier sonst noch alles? Boah. Das war ein Kampf jetzt hier. So viele Höllenbarone auf einem Haufen. Richtiger höllischer Fleischhaufen. Puh. Ähm. Dadam-dam. Was haben wir hier noch? Nix mehr. Da. Hier. Nein. Hier. Und cool. Nehme ich auch noch mit. Dann hier. Mal rüberhüpfen. Ich guck mal eben schnell, ob da unten noch irgendwas wäre. Sieht man nicht danach aus. Was ist das? Was bitteschön ist das? Wo muss ich da hin, dass ich da hinkomme? Ich müsste hier runterspringen und dann da rein. Das müsste demnach, hoppla, hier sein. Nö. Ist es aber nicht. Oder? Habe ich was übersehen? Hinter mir. Hier ist aber X. Das Spiel will mich verarschen. Ja, es müsste demnach genau hier, müsste es irgendwas geben. Wo ich reinkommen könnte. Aber nein. Hier ist nix. Wie komme ich dann da rein? Aha. Nein. Ja, doch. Vielleicht. Das versuchen wir jetzt noch schnell. Gehe ich nochmal hoch hier. Also merken, das war hier drüben. Hier. Und hier irgendwo müsste ich eigentlich zwischen runterfallen können. Sieht mal hoch. Nicht danach aus. Stehe ich denn jetzt genau da? Nein, eigentlich wäre das hier. Aber da scheine ich nicht hinzukommen. Verflucht. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Ja, ich bin jetzt trotzdem runtergegangen. Ist ja auch egal. Die Sounds, die machen mich noch wahnsinnig hier. Aber jetzt nixdestotrotz gehen wir hier rein. So, alles maximal. Maximal. Halt, da versuchen wir doch direkt mal was. Wo haben wir es? Hier. Ja. Au, hört es jetzt auf hier. Letzt aber. So. Ah, da ist noch einer. Und tschüss. So geht das. Uah. Mal sehen. Halt die Klappe. Okay. Ich glaube, die kloppen sich da drüben wieder selber. Oh ja. Die kloppen sich. Zack. Schon erwischt. Nicht auf mich. Tisch. So. Okay. Nein, da gehe ich wahrscheinlich nicht runter. Oder? Oh. Okay. Zum Glück. Ich kann hier noch stehen. Aber da geht es nicht runter. Nein, nein, nein. Machen wir einen sicheren Weg. Hier und dann. Hier. Puh. Oh, oh. Ist das? Ja. Das sind die, ähm. Hm. Mein, da ist Spielzeug. Ja, komm nur her. Schöne Spielzeug. Okay. Nemesis mag es sehr. Oder Nemesis mögen sehr. War nie Schule. Ah, zack. Ah. Ja, zack. Und dann. Ah, zack. Und hier. Puh. Klappe. Aua. 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 Macht das schon wieder so'n Scheiß hier. So. Speicherpunkt erreicht. Dann würde ich doch beinahe mal. Oh, hier noch. Monster. Mein Kubus. Ja. Liebe Leute. Die Zeit ist auch schon wieder um. Ich hab schon wieder ein bisschen drüberzogen. Bitte verzeiht mir das. Aber wenn man mitten im Spiel ist, ist man mitten im Spiel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche allen, die das Video hier sehen, einen ganz schönen Abend, Morgen, Mittag, Nacht. Wann auch immer ihr das Video guckt. Ich verabschiede mich hiermit. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.